Hallo hier bei MixiTV. Der nächste Schnee kommt bestimmt und mein heutiger Tipp ist Geocashen mit Schneeschuhen. Mit Schneeschuh kann man herrliche Wanderungen machen. Man kommt auch auf unwegsamem Gelände im Schnee gut voran und kann dabei super Geocashen gehen. Wer Schneeschuhe noch nicht kennt, meine sind so aus, sind vom Decathlon und haben sich bewährt in allen Lagen. Also man kann damit auch gut bergauf steigen, weil sie hinten einstellbar sind. Hier eine Auswahl aktuell von Decathlon, die für 69,90 € würde ich empfehlen. Außer die Schneeschuhe braucht man auch Wanderstöcke und passende Schuhe. Hat man meistens, aber sollte man probieren beim Schneeschuhkauf. Wie ihr seht, habe ich auch schon so mancher Cash gefunden. Dank der Schneeschuhe hat viel Spaß gemacht. Weiterhin viel Spaß bei MixiTV.